einen wunderschönen guten morgen hier aus karlindford guten morgen ist ja guten morgen ist eine ansicht sache wir haben mittags 12 uhr und wieder in einem video für euch so sieht es aus heute zum thema porsche 944 turbo da brennt irgendwas da kam die feuerwehr vorbei warum genau porsche 944 ich finde die geschichte von einem auto sehr interessant und es gab der version die meisten kennen das auto ist der porsche 944 boss ist ja schon geil aus nur mir persönlich war dazu für damalige zeiten top auto heute musste so ein bisschen minimal moderner sein ja und zwar jetzt habe ich eine bildschirmaufnahme hier gestartet der welt braucht übrigens und zwar so dann muss ich aus wenn ich am pc sitze seriös 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 der architekt nein das auto ist groß genug aber so sitzt der meldseck am rechner so boss 944 boss ich finde das ding was hier zu sehen ist ist der boss ich bin gespannt ich hätte gerne das auto gebaut ich bin ehrlich ja ich finde den vom preis her top weil da gibt man schon auto muss ja kein turbo sein einen guten möglich für 12 15.000 wirklich einen guten 944 also gut klar ein bisschen hier ein bisschen da muss man schon was machen aber von basis sehr guten sogar unter 10.000 ich mache welche so jetzt zum thema heck spoiler die sehr modern aufgehübscht das passt zu dem auto passt zum auto natürlich klar man muss mal gucken dass er zum auto passt das ist qualitativ damals okay gewesen heutzutage bauen die sowas nicht mehr ein also auch den großen spoiler hier den serienmäßigen spoiler müssten wir quasi auch nachbauen ja oder ähnlich bauen und den schwarz matt lackieren ich gehe davon aus wie bei dem audi der genau damals wie gesagt damals war die 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 technologie nicht so weit wie heute verbreiterung finde ziemlich ziemlich flüssig ja der boss da das wie gesagt ganz eckig gefällt mir nicht so wirklich deswegen haben wir so ein bisschen runter gemacht haben schaut euch das geile gerät an vorne sehr schön mal was für eine schöne form das auto schon damals hatte ehrlich jetzt aber abgesehen von unserem boot geht sowas sowieso schön ist aber die die schöne form was was borsche schon immer hatte ich bin ehrlich ich fand das auto nie so schön ist also security da wird man von seinem eigenen rausschmeißer ausgeschmissen ich fand cool das war doch glaube ich das modell wo sich einige leute so gedacht haben anderer porsche oder ja er gute würde war auch sie günstig in anfang zwischen aber für mich ist wieder borsche ist borsche aber sowas hat borsche nicht noch mal gebaut nicht in der form mit umbau mit allem und dann wäre das ein kosten günstiger porsche was cool aussieht meine meinung nach wenn man so eine limitierte version daraus machen könnte oder würde bin ich mir schon sicher dass hat der eine oder der andere liebhaber so ein auto sich zulegt die schönen linien von dem auto auch aufgefangen sind weil hier die verbreiterung klar sind von uns aber das auto hat schon serienmäßig schöne linien wie auf der haube und so weiter also ja klar die meisten gucken auf dem auto so gut gefällt mir nicht ja ich gucke das vielleicht so ein bisschen anders und ich sehe schon hier schöne linien bei dem auto wenn ich so anfange zu ein bisschen zu zu erzählen hier und die scheine wenn das alles integriert ist und 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 ja ja schon besonders das passt einfach sehr gut zusammen genau also man muss sich das manchmal ein auto zweimal dreimal zehn mal angucken und dann sag mal geil ja das heck mit der scheibe das sieht so ein bisschen an diesen tage an der lehnt oder was was der von hinten erinnert der mich an mazda rx liegen ja so vom dach her von vorne voll das schöne auto finde ich für kleine mark bei dem preis kann man so ein umbau auch ich sag mal kalkulieren also das ist wenn man den jetzt original ist zum beispiel ich weiß nicht wie fern der noch preis steigert ist wenn du den jetzt so rumstehen das oder ob du den jetzt halt um baust naja die werden sowieso immer steigern es gibt aber autos wo du sagst boah muss jetzt etwas in die hand oder technisch um dann wieder ist einmal schön zu machen ja es gibt autos wie du umbauen darfst und es gibt natürlich autos die wirklich sind sehr 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 gut zustand haben die würde ich persönlich nicht umbauen deswegen auch bei dem audi kope von uns haben wir eingenommen der eine gute basis hatte aber das war jetzt kein sammlerzustand ja und um das ding auf sammlerzustand zu bringen muss so viel kohle investieren das quasi dass der umbau oder der wiederaufbau höher ist als der wert von dem auto das ist schon wer auf sowas steht wer aus der zeit zum beispiel auch die autos mag ja der würde sowas machen ja mal die schönen verbreiterung was für ein schöner arsch also richtig so ein weiß natürlich die konturen und so weiter fallen vielleicht ein bisschen mehr auf ich mag das auto nicht wenn der die scheinwerfer auf hat ja dann sieht er auch so ein bisschen wie so ein frosch ich glaube es gab ja auch bei war das nicht bei mazda sogar wo du gerade mazda gesagt hat es da gab es glaube ich auch scheinwerfer die du dann austauschen konntest mx5 ja und bei toyota m2 gab es ja auch hatte ich hatte beide autos noch eine kurze zwischeninfo mit unserem bau verzögert euch ein bisschen weil wir die baugenehmigung nicht haben und können damit nicht anfangen und bevor wir mit dem ersten video anfangen hätten wir schon gerne dass wir quasi alle zwei wochen ein schönes video euch anbieten können ja deswegen verzögert euch ein bisschen wir haben das erste video schon fertig wo wir mit dem es hat architekten schon hier am tisch saßen und hat für uns gezeichnet getan und so weiter und so fort wir haben die bäume abgeschnitten und also ganz viel haben wir schon gemacht nur solange wir keine genehmigung haben können wir nicht mit dem fundamenten anfangen und 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 das ist das interessante was an so einer geschichte passiert also ich möchte euch etwas hier anbieten zum beispiel auf dem kanal nicht nur wie man autos baut sondern motorräder und 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 also ein bisschen abwechslung ein programm was vielseitig ist so weiter zum thema porsche 940 turbo auch hier zum beispiel dass er zum beispiel der spoiler jetzt ist ein bisschen besser hier durch zwei geteilt ist das sind ein spoiler und obendrauf sind noch ein spoiler ja oder sind es in der trennkante ja dass das so aussieht nicht so ein klumpen sondern einfach schön so filigran etwas mit 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 ja kleine unterbrechung den mit dem boss aufkleber bombastisch ja ich bin sowieso schon so ein dtm aufkleber mensch der ich bin auch richtig schön hätte ich gerne in meiner garage vielleicht ja wenn sich genug leute melden kann man über über den winter 2021 22 so ein ding oder vielleicht gucken wir schnell ja ja da kommt schon ne folgt nicht porsche hier unter 944 wo fangen die an ja so ein auto kannst du ja nehmen 160 PS, ok, wenn man 911 hatte 250 PS das war scheiße schnell war schon Oberliga, ne? ja, deswegen guck mal, da sag ich ja, hier hast du einen mit 49 gelaufen unter 10.000 ja, deswegen ja ja, wenn wir das noch ein bisschen schöner machen, hübscher machen und ein Turbo draus machen ja, 220 PS hat er, ne? und natürlich, klar nach oben keine Grenzen aber du kriegst einen für 19.000, für 20.000 sind inseriert, ob man die natürlich für den Preis bekommt oder nicht, ist eine andere Geschichte, ne? aber ich auch hier, guck mal hier, zum Beispiel guck mal, geiles Auto schön genau, das sind die Fuchsfelden, nur jetzt natürlich nicht nicht in der Breite, die wir die bräuchten, ne? voll geil ja, da siehst du auch den Spoiler, ne? das heißt, ich glaube, echt Gummis guck mal, wie schöne Ausschattung oh ja klar, du musst was hier und da, was machen, aber naja oh 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 echt jetzt? krasse Dinger schöne Dinger hat der Händler muss ich mal sagen weiter, guck mal in Essen aus Essen doch ja, da ist viel so Klassiker, ne? ja, auch Mercedes SL finde ich richtig schön naja ja schon aus Porsche oh 903, aber das ist ein Umbau, ja, okay über uns jetzt zweimal oh, schöne Sachen hat er ja ja, vielleicht, wenn jemand Interesse hat kann sich gerne bei uns melden und dann, ja schauen, was passiert verfeinern, das Bulli verfeinern wenn da Interesse besteht äh, kann man immer noch, ja das haben wir jetzt die den ersten Entwurf auf Basis von diesen 944 Boss ja, gemacht aber was wir am Ende draus machen kann man hier und da äh, noch dran arbeiten ja oder? ja ich hoffe, euch hat das Video gefallen und äh bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.